Hast du mein Tagebuch gelesen? Wie kommst du doch? Was liegt so unter deinem Kopfkissen? Da steht alles drin. Jessie! Jessie! Aber spinnst du jetzt? Das ist doch viel zu kalt! Komm zurück! Familien sind künstlich erschaffene Biotope. Eine eng abgrenzbare, kleine Einheit eines Ökosystems. Ein Lebensraum für eine vom Aussterben bedrohte Spezies, deren Überleben nicht dauerhaft garantiert werden kann. Die streiten sich. Es hört nicht mehr auf. Ändert sich die Grundtemperatur, ist nicht auszuschließen, dass alles aus dem Gleichgewicht gerät und sämtliche Lebewesen verenden. Papa? Es ist nichts passiert. Hast du mich verstanden? Es ist nichts passiert. Wieso hast du nicht gebremst? Noch eine Runde? Ja doch mal! Ich wollte fliegen. Jessie, du kannst nicht fliegen. Da ist etwas, das sollten die sich anschauen. Draußen am See. Das ist sicherlich. Da ist es wichtig. Ich habe einen kleinen dritten Mal von4P. Wieso ist das? Dich, du kannst dich wieder drauf was, aber die剛färbliche Lebewesen fake. Ändert sich mit dem einer Wielden. Dich, du kannst du einen fern.